ja herzlich willkommen zur nächsten folge von ultimate fishing simulator mit mir dem underwater frank ja also das wird jetzt mal eine fazit folge werden also was haben wir so für eindrücke aus der beta gewonnen unsere einschätzung ja wie der raffa jetzt gerade so schön im community abgeschrieben hat drag is broken ja das hat sich jetzt komplett durch die beta gezogen also ja die bremse also der die spannung ja die funktioniert leider nicht so wie sich die entwickler das vorgestellt haben wird man absehen oder wird man jetzt sehen wie es in der nächsten beta phase ist ich denke mal dass die das auf jeden fall in griff kriegen werden und dass die nächste nächste beta phase dann schon wieder ein bisschen anders aussieht also ich hab da ja vollstes vertrauen dazu und ich finde auch das spiel hat eine menge potenzial also wenn man sich jetzt mal die grafik anguckt zum beispiel vom betty leg ich finde das sieht wirklich sehr sehr hübsch aus auch der power leg auch gerade bei nacht sieht er wirklich schön aus auch das mit dem boot funktioniert super die die wasser engine ist wirklich echt toll also lange nicht so eine gute wasser physik und sondern gute wasser grafik auch gesehen also ich würde sagen ja es ist eine menge zu tun auf jeden fall ja also sind viele vorschläge jetzt gemacht worden die jetzt bis zur nächsten beta phase ausgewertet werden zum beispiel das mit dem urin wird auf jeden fall entfernt werden also das macht auch keinen sinn eventuell wird es auch noch viele andere änderungen geben die jetzt so jetzt ja keinen sinn machen die weiter zu behalten wir können nochmal kurz zum betty leg gehen den finde ich immer noch am schönsten irgendwie und ja ist auf jeden fall eine menge zu tun also auch das jetzt zum beispiel was jetzt in den kommentaren geschrieben wurde mit der baitcaster ausrüstung dass man damit mit pose angeln kann ich sag mal normal wenn man jetzt sag ich mal im realen leben das so macht ist vielleicht nicht ideal aber möglich wäre es ja auch wenn das jetzt nicht so ja nicht so vorgesehen ist da jetzt mit pose zu sagen normalerweise hat man ja dann eine matchroute oder sowas und aber wie gesagt ich finde das spiel wirklich schön auch ich finde es auch schön dass die fische und der wasser alle so weit zu sehen sind wir können noch mal auf dem abend vorspuren damit man das ein bisschen besser sehen kann hier damit man die fische auch schön beobachten kann gehen wir einfach mal in die nacht rein und ja das ist so sag ich mal es gibt halt viele sachen der sound zum beispiel von der route müsste auf jeden fall noch angepasst werden der hört sich noch wenn man jetzt rein kurbelt ob es jetzt mit der stationär rolle oder mit der multi rolle ist finde ich hört sich immer noch ein bisschen komisch an man kann momentan nur eine route nutzen ich würde mich auch freuen wenn man vielleicht doch ja vielleicht noch eine posenroute als zweite route hätte oder ja gut grundrouten sind ja jetzt noch nicht drin was wir jetzt hier sehen sind zum beispiel die eisrouten sind ja zwar in der demo hier nicht drin in der alpha demo aber sind ja im kompletten spiel schon drin ja die es ist jetzt auch nur ein kleiner auszug der der rollen hier drin also auch von den routen her ist auch nur ein kleiner auszug drin sie haben ja zum beispiel auch die partnerschaft mit sakura mit der original ausrüstung da wird es auf jeden fall wesentlich mehr geben ich finde auch so ein bisschen dass das ist das menü müsste noch ein bisschen überarbeitet werden was ich zum beispiel gut finde ist wenn man hier in fisch behält dass man den freilassen kann für erfahrung oder schmeißen mal kurz aus also freilassen kann für erfahrung oder ihnen halt verkauft das macht so ein bisschen so so ein bisschen taktik so und dann entweder will man halt schnell leveln oder man will geld verdienen ich denke auch mal dass man durch das level später auch sachen freischaltet was jetzt in der demo halt nicht zu sehen ist ja wie gesagt das mit der bremse hier das auf jeden fall ausbaufähig das mit der spannung da haben wir schon ersten fisch wieder jetzt müssen muss mal gucken ich hake ihn jetzt mal haben wir gehackt ok auch das mit dem rückwärts kurbeln ist natürlich eine variante um jetzt die spannung runter zu nehmen aber ich glaube ich glaube in echt kurbelt man während des drills auch nicht unbedingt rückwärts das auf jeden fall denke mal das meiste macht man eigentlich mit der mit der bremse und nicht und nicht mit rückwärts kurbeln ja was gibt es ansonsten noch da haben wir schon wieder allein broken was gibt es ansonsten noch zu sagen schreibt noch mal kurz hier hier sehen wir auch schon die leute vom bierstübchen auf jeden fall vielen dank auch an das bierstübchen und den drog ist dass er mich auch so viel unterstützt hat und jetzt auch allgemein mit dem bierstübchen halt in aktion getreten ist und wir halt auch dem raffal sozusagen unterstützt haben durch unser back reporting durch unser feedback und ja danke dass to das so mit dem bierstübchen alles so gemanagt hat und auch die news immer geschrieben hat vielen dank auf jeden fall auch an die member die auch wirklich hier wieder mit tatkraft mitgewirkt haben und ja die halt auch dann wirklich ja geholfen haben wie man dann zum beispiel welche köhle vielleicht gut geht oder wie man das mit der mechanik am besten macht ja vielen vielen dank auf jeden fall an miguel der immer den kontakte zu dem community manager da aufrechterhalten hat und der da auch viel ja auch geholfen hat und da freut mich auf jeden fall auch nochmal danke an raffal dass ich jetzt überhaupt videos machen durfte weil in der e mail steht ja eigentlich drin keine bilder und keine videos aber wenn ihr trotzdem welche machen wollt schreibt mich einfach an also danke auf jeden fall dass er mir die chance gegeben hat hier ein paar videos zu machen und noch mal kurz licht an hier würde sagen ein fisch geht noch und ja das war so mein fazit von der beta es gab jetzt drei patches insgesamt während dieses kurzen oder relativ kurzen beta wochenendes also haben sich wirklich bemüht so viel wie möglich zu fixen zu back fixen zu verbessern haben dann auch nochmal eine stärkere route jetzt mit reingenommen habt ihr an der letzten folge gesehen ja auf jeden fall sie haben ihr möglichst getan und was jetzt weiterhin passiert wird man wie gesagt in der nächsten beta phase sehen die jetzt irgendwann im oktober startet genaues datum haben wir da noch nicht und wie gesagt wenn ihr da auch mal mitmachen wollt bei der beta behaltet das community hub im auge wenn wieder vielleicht ausgeschrieben wird nach beta testen dass das wird auf jeden fall im community hub auch stehen als news und von daher einfach mal so ein bisschen die netzwerke im auge behalten noch mal kurz unter wasser gucken wurm ist dran das ist schon mal gut das passiert nämlich auch ab und zu mal weil man hier keine rückmeldung kriegte ob da jetzt ein köhler dran ist oder nicht der schmeißt auch ohne köhler aus ja und wie gesagt keine angst dass mit dem urin das wird auf jeden fall weg gepatcht und was es sonst alles veränderungen gibt ja lassen uns überraschen aber eigentlich so von der natur her und von auf vom sound her und von der grafik her wirklich sehr gelungen und jetzt heißt es natürlich dann ja so viel arbeiten wie möglich und gucken wir ob jetzt vielleicht nur einer beißt hier auf meinem wurm hat der sieht der schimpft auch dran vorbei kurz unter wasser gucken aber da ist auch schon fisch deswegen man hat den den schwimmer jetzt nicht wirklich gesehen jetzt müssen wir gleich wieder rückwärts kurbeln kurbel schon mal rückwärts hier das ist aber ein kleinerer also den können wir jetzt hier gleich ausheben was ein ganz ganz kleiner oh da haben wir ihn oh was ist das der ist ja wirklich winzig roundtrout wir können auch noch mal ich hole noch mal kurz rein ich wollte euch noch mal ein bisschen die karte zeigen dass sie wirklich auch schön gemacht ist auch von weiter weg also jetzt wir haben jetzt am meisten immer nur den anfang hier gesehen und zum beispiel ist auch sehr schön doch die wiese finde ich wirklich schön gemacht klar ist alles noch ein bisschen ausbaufähig alles erstmal so ein bisschen platzhalter mäßig aber hier hinten zum beispiel wurde wurde das vom berg der fluss kommt und dann hier in den see geht quasi der zulauf auch sehr cool gemacht wir können da hinten mal gucken ob man da irgendwie weiter kommt gucken wir mal ob das hier auch so ein bisschen halt auch hier sieht man so ein bisschen man kann sich auch hier rein stellen das ist cool gemacht auf jeden fall das ist das ist cool gehen wir mal den fluss auch nach oben ich glaube das kommt dann wie kommt es raus ich glaube hier oben geht es hier weiter hier ist irgendwann vorbei ok ja wie gesagt ich werde euch auf jeden fall weiter auf laufenden halten spätestens zur nächsten beta phase und dann gucken wir mal was sich alles so geändert hat und ja dann bedanke ich mich auf jeden fall für das einschalten auch danke für die vielen kommentare und auch verbesserungsvorschläge die ihr in den kommentaren jetzt in den letzten videos geschrieben habt ja dann bedanke ich mich noch mal zum schluss noch mal bei meiner community das bierstübchen wie gesagt ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen ts-adresse ist mit eingeblendet homepage ist unten verlinkt ja wenn ihr auch mal mit uns zusammen angeln wollt ja muss ja jetzt nicht ultimate fishing sein ja wir spielen da zum beispiel auch russian fishing oder fishing planet oder wir jagen zum beispiel auch oder auf farming simulator wird ein bisschen gespielt halt alles mögliche alles da dann vielen dank und dann bis zur nächsten folge euer an der waterframe tschüss